Hallöchen meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück, Ackendorf 2.2 mit den Tino und den Friesi. Hallo. Und es ist Nacht. So. Abhängen bitte. So, du häckselst das da noch, wenn du dann fertig bist, da wisst ihr was, ich folge dir einfach gleich mal. Und dann kann ich nämlich leider noch ansehen. Und dann ding und dann kann man vorrum hier. Weiß jemand, wo der Holzanhänger ist? Ach, bestimmt beim Seegwerk, ne? Entweder, bäh, hier steht er nicht, also denke ich Seegwerk, ja. Kirchen voll, lol. Achso, du meinst jetzt die für den Holzstämme, ja. Der steht am Seegwerk. Ein Palettenaufhänger, keine Ahnung wo der ist. Ja, Palettenaufhänger hab ich, äh Palettenanhänger hab ich hinten noch einen. Echt? So. Immer eine kleine, äh, sehr ruhig. So. 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 Weiß's du was, ich setz dir den zum Wändler zurück. So. Weißte denen eben hier am Feld stehen, ja? Ja, ne, du kannst ja mitnehmen, weil du musst ja eh Richtung Händler, ne, also, ja. Gut, erklär noch mal den Dinger ab. So, ich schaue jetzt erstmal wieder Strom in die Lebensmittelproduktion rein. Mhm. Habt ihr denn kurz Zeit oder habt ihr voll zu tun? Na, er häckselt das jetzt noch. Ich setze das noch an, hau da fix Dinger drüber und dann sind alle Felder soweit fertig. Weil wir kein Pellets mehr produzieren, kein Holz. Wir müssten da mal häckseln. Also richtig häckseln halt. Und das Feld 47 im Sommer gemacht, ja. Das sind schon mal abgeerntet, oder? Richtig. Naja, wir müssten das jetzt abernten und lassen es da einfach stehen. Bis die anderen auch wieder alle reif sind. Scheiße. So, jetzt muss ich hier löslichen Kaffee trinken. Das ist ja gar nicht mein Ding. Hallo, frische Kaffee, hallo oder was? Hm. Ich bin keine Pets mehr da, ach Mensch. Ich trink keine Pets. Trink ich nur Cappuccino. Nein, nicht, ja? Ja, aber Kaffee nicht. Meinst du, ja. Ich wollte einen Kaffee, sonst ist kein Kaffee mehr da. Ja. Wir haben ja auch diese Kaffeemaschine, aber wir haben keine Pets, wir haben solche Capps oder Capps oder wie auch immer die heißen. Ne, hab ich auch Capps hin. Gibt es auch welche von Milka? Gibt es ja jeden Scheiß. Habt ihr bestimmt auch eine deutsche Gusto oder sowas. Keine Ahnung, was meine Freunde da hat, ich trink keinen Kaffee. Hat es ja, glaube ich, mal von meiner Mutter zum Geburtstag gekriegt. Ja, kostet ja gar nicht mehr so viel. Das kostet ja auch nicht. Na, nur 50 Euro oder sowas, bist du dabei? Hm. Oh, ne, da gibt es ja jeden Quatsch dazu. Kannst du ja deinen, ach wie hieß das hier, dein, 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 dieser komische Schokohase da drauf ist, mein Gott Nesquik. Kannst du da draus tüchen, hast du schön Kakao, dass Kakao in den darfst. Ja, darfst halt nicht vergessen, es ist Kakao mit Wasser, nicht mit Milch. Das ist halt schon mal ein Unterschied, ne? Oder da gab es ja so noch Milchspul vor drin, aber das ist ja nicht. Ne, da ist noch Kakao drin. So, jetzt muss man erstmal ganz kurz schauen. Flüssigdinger, Lebensmittel 3, Kompost. Was ist denn jetzt hier? Der Wexhaus, Logistikhaus 1, Hochs, Logistikhaus 2, genau. Oh, die sind leer. Na, 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 na. Düppel mal erstmal hier was rein, dass das wieder läuft. Wie sieht es aus, so oben mit der Silage, das ist noch nichts fertig, ne? Haben wir jetzt noch mal was zum Silage machen? Da macht Freezy hinten gerade noch das fertig, ja. Ne, wenn die Felder dann wieder reif sind, außer Raps wieder alle sechs sind, oder was? Äh, ja, die Felder, die wir jetzt noch halt stehen, so auf Deutsch versetzt, ja, das sind lieber noch, ne, das eh nicht dort, ja, und der Rest ist Raps. Na, 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 na. Ach ja. Was ist los? Du kannst nicht mehr abwarten, bis die Gamescom losgeht. Doch, doch. Na ja, du musst ja so sehen, wenn die Leute das Video sehen, die Gamescom vorbei. Ja. Also fast vorbei, dann ist schon Samstag, ne? Und dann ist schon wieder Samstag. Mein letzter Tag. Heute Abend müsst ihr ohne mich feiern. Oder, Bob? Das wird... Ja, aber das macht ihr schon. Ja, ja. Okay, mein. Was? Naja, ich hab gerade auf die Horde geguckt, wie's lang geht. Hau da einfach ab. Hm. Naja, gut, aber ich bin ja vier Tage da, ne? Also, so. Volker, sagen. Unsere speziellen Wünsche haben wir ja dementsprechend Lauterbeider mehrheitlich durchbekommen. Aber, na ja. Naja, abwarten. Es ist ja... Wie lange geht dieses Lasertag dann? Also, übrigens, ne? Wir können ja schon mal kurz Revue passieren. Für uns ist es in dem Sinne noch nicht passiert. Wenn ihr das Video seht, ist es natürlich schon passiert. Voll geil. Voll geil, also lustig. Weil wir halt natürlich vorproduzieren müssen ohne Ende. Aber, ähm, wir waren quasi Mittwochabend, äh, waren mal ganz normal essen gewesen mit allen Leuten, dann, ähm, Donnerstag waren wir Bowling spielen, was, äh, denke ich, ziemlich cool war, weil der hat sich Kapuze auch eingetragen, habe ich gesehen. Kapuze steht da irgendwie, Kapuze steht da noch nicht auf Freitag, Samstag, mit Donner. Da freue ich mich echt drauf, auf Kapuze. Aber ich hab da kein, ich hab da aber kein Feedback, ob das da noch wirklich hinhalt. Nicht halt drin. Ich hab ihn halt eingeschrieben, gesagt, hier und wo, jo, jo. Schauen wir mal, aber ich hoffe es auch, dass er wirklich da ist, man. Wir hatten ja nur schon lange Luft mal gehört. Richtig, und, äh, ja, deswegen, also, äh, dann Freitag gehen wir Lasertag spielen. Also erst mal, äh, Bowling eben, wie gesagt, und dann gehen wir Lasertag spielen am Freitag. Und Samstagabend, äh, geht ihr noch Mini-Golfen, aber da bin ich nicht mehr da. Ich reiß dann quasi Samstag später Nachmittag noch ab. Ähm, ja. So sieht's erst mal aus. Das wird lustig. Bin echt gespannt. Ich denke, da freue ich mich auch drauf. Also ich denke, das wird richtig cool. Hm. Hat zwar sehr viel, was ist denn, was ist der für? Ja doch, ein gewisses Maß. Hat natürlich die ganze Kacke dieses Jahr schon ein bisschen die Vorfeuze gedämpft, was hier, was hier Messe und Co. in den ganzen anderen Plätzen und alles angeht. Aber, das ist wohl warm. Aber, äh, ich denke mal, wird's trotz all dem, wird's lustig. Denk ich auch. Ist ja nicht, eine gewisse Routine ist ja nicht schon mit dabei. Ist ja nicht das erste Mal dort. Nee. Für Freezy, na gut, für Freezy so nicht das erste Mal, aber das erste Mal seit Längerem. Wenn man zwei Jahre als lang bezeichnen darf. Und das erste Mal mit so coolen Tutes abhängen dort. Ich wollte gerade sagen, das erste Mal in so einem Umfang. Sonst bin ich ja Samstag da hingegangen, rüber gelaufen und dann war ich wieder weg. Weißt du, wie ich mein? Also. Wie willst du mich begrüßen, wenn du mich das erste Mal live siehst? Mit auslachen. Auslachen. Nee, das würde bei Randy passieren, aber was ist mit mir? Also, wie hast du dir das jetzt vorgestellt? Was hast du dir vorgenommen, wie du mich begrüßen willst? Ja, erstmal, keine Ahnung, hingehen. Hi. Also, du willst dich nicht vor mich knien oder so? Nee. Wenn ich jetzt mehr erwartet, na egal. Wo die Formkonfer im Endeffekt, wo wir dann zu Tino hin gemacht sind und alle so, ich kam hoch, stinkt normal, hab so hallo gesagt, hab mit dem Spruch gedrückt, ne, und da war ich dann wieder voll begeistert. Der dumme Spruch würde mich jetzt interessieren, was hast du gesagt? Wegen dem Brief im Schlag. Oh. Er denkt halt dann immer, dass er lustig ist, das ist das Problem an das. Das war voll lustig, weil da waren Referenzenzeiten mit Spielern drin und so. Ich weiß nicht, ob das lustig war. So, wie hast du vorhin vor mich zu begrüßen? Naja, ich weiß jetzt erstmal, erstmal überlege ich jetzt anfänglich, in welcher Form ich dich überhaupt beachte. Ja, dann irgendwann denke ich so, nach zwei, drei Stunden werde ich mal sagen, hallo, Frisi bist ja auch da. Du lachst, das hab ich mit Randy das erste Mal auch so gemacht. Ich bin ja auch nicht. Hat er nicht. Das erste Mal, wo wir uns gesehen haben, stand da ich und Klicke hier. Kannst du froh sein, dass du mich mit anderen auf eine durchgeladen hab? Ach. Was? So, wie du die Tür aufgemacht hast, nach hinten gezuckt bist. Nach hinten gezuckt, vor allem. Ja, du bist sofort nach hinten gezuckt. Weil ich genau wusste, was für zwei Spasties mich erwarten, ey. Also eigentlich passt die. Auf jeden Fall, ja, so sieht's auch aus. Äh, wie gesagt, Frisi ist ganz gemein. Brauchst du keine Gedanken zu machen. Aber du wirst sehen, ähm, in echt und, äh, ihr Ziel so bei den Aufnahmen oder MTS und alles, wirst du sehen, was für ein Unterschied es ist, Randy zu treffen. Warum? Keiner. Nein, also ich will hier nicht, ähm, irgendwelche Vor- oder so, einfach so, äh, eigene Meinung. Also eigene Meinung darüber, äh, wie es ist, ob es einen Unterschied gibt eben. Ja? Ich finde, äh, ist egal, was ich finde. Nö, komm, sag mal. Nee, für sich soll sich ja seine eigene Meinung machen. Ich will ihn ja jetzt hier nicht irgendwie... Ich will seine eigene Meinung bilden, halt einfach mal, Gott sei Dank, bitte. Nee. Weil es gibt keinen Unterschied. Jo. Meiner Meinung nach. Hm. 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 Wenn du den Spruch haben willst, lief ich dir gern den Spruch. Ja. Hm. Wenn du... Wenn du... Ja, aber was steigst du jetzt drauf ein? Ich werde sowieso nicht drauf eingehen, weil ich für sie da nicht irgendwie beeinflussen will, in irgendeiner Art und Weise. Und deswegen, ähm... Hm. Hm. Easy, easy. Lemon squeezy. Ja, ich bin auch gespannt, wie viel sie in, in real life ist. Du bist ein bisschen Schätze. Ich? Ja. Bin Schätze. Weil du, weil du auch der Einzige bist, der das sieht, wie du siehst. Was? Ja, da das du siehst, wie du siehst. Weil du sagst, du, du, du unterstellst mir ja in Anführungsstrichen ein anderes... Was hab ich denn im Endeffekt jetzt gesagt? Ich hab doch gar nichts gesagt. Du steigst voll auf das Thema ein und ich will überhaupt nicht darüber reden. Ja, ne, aber das Problem ist, wenn du was anschneidest, beispielsweise wie ich diesen Baumstamm jetzt sehe, musst du ihn auch zu Ende schneiden, sonst sieht's scheiße aus. Ja. Ja. Aber... Das hat ja nichts mit Schizophrenen zu tun. Ja, doch. Nee. Weil du willst dir ja eine Meinung. Ja. Die darf ich wohl nicht haben. Ich will die Antitude natürlich auch bitten. Ach so, eine Meinung, die ich... Also, ich bild mir eine Meinung, die dir nicht passt und deswegen bin ich Schizophren. Hahaha. Das ist ja auch mal geil. Hahaha. Ey, deine Meinung ist scheiße, du Schizophrener. Geh zurück in die Klasse. Was ist die mir... Was ist die mir nicht passt? Du weißt aber gar nicht, was ich denke oder wie meine Meinung ist. Das weißt du doch nicht mal. Nö. Null. Habe ich nie geäußert. Hä, die musst du auch nicht äußern. Geh zurück in die Klasse. Verraten viel. Was verrät viel? Gästig und Mimik. Oh Gott. Jetzt kommen wieder der Doktor Professor Dippel Inc. Renier. Hm. Ja. Ich meine, Herr Friesi, guck dir einfach das Video an in den Hotelzimmer, wo wir da über die Formkonto sprechen. So, wie es im Endeffekt ein Video ist, so ist es ja auch hier. Und du hast keinen Unterschied gemerkt. Hahaha. Ich war bei Tino Risse. Tino, wie gesagt, so auf den Schoß hauen. Gleiche Reaktion wie im TS, so wenn es im TS nicht geht. Aber... Ist halt so. Einfach gechillt. Hm. Sag ich mal, ja. Ich mach halt den Rüsen. Du bist... Ich meine, du, ja... Das ist krass, oder? Wie man da drauf abgeht, ne? Das ist ne Aber. Ja, ja. Weil ich finde das halt schön. Was denn? Äh, es hat nichts... Nichts in der Ansatzweise irgendwie positiv, negativ, irgendwas... Also ich... Das hört sich minimal negativ an. Und du... Das ist aber deine Meinung. Ey, bist du schizophren? Ja, ja. Das bin ich schon seit der Nockel im Folge. Ich bin doch nicht, ob die schon draußen sind. Ich glaube nicht. Gott sei Dank. Können wir den Zuschauer und das noch ein bisschen ersparen. Aber leider haben sie es schon gesehen, wenn sie es hier sehen. Hochschau ist möglich. Naja, in diesem Sinne aber... Ähm... Weiß ich jetzt gar nicht... Wer dran war. Richtig. Ja, in dem Sinne würde ich sagen... Das Däumchen da lassen. Einfach mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr auf der Games kommt. Wie auch Tino sie auf der Gamescom wandelt. Ab das... Und vor allen Dingen... Mit Bildern und so. Und vor allen Dingen, ob ihr... Es war ja Freitag. Also gestern. Und heute. Ein Abonnenten treffen. Und wenn ihr das Video seht oder so. Einfach mal schreiben, ob ihr da wart. Und so weiter. Ja. Das wäre echt cool. Wollen wir auch schön die Nicknames dazu zu erfahren. Genau. In... Den Sinne dann. Bis morgen. Dann ist schon wieder das ein Tag. Tschüss. 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 Tschüss.